An der Mandola Wolfgang Meiling An der Violine Vivien Zeller An Keyboards und Konstantina Erbst-Putz Und Ralf Gehler, Dankeschön Und unsere Gäste nochmal, Mario Ferraro, E-Gitarre Snorre Schwarz Schlagzeug, Rocky Warterschwarz, Bass, Herr von der Dayton Musik 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 Gott, mein Herr, wo es ein Geld gilt für ihn, gar weit für mich, der Klage kann ich nicht. Oh Gott, mein Herr, wo es ein Geld gilt für ihn, gar weit für mich, der Klage kann ich nicht. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018